Margarete Emma Dorothea Moosheim gehörte zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen der 1920er und 1930er Jahre. Leben Grete Moosheim war die Tochter des jüdischen Arztes Markus Moosheim und seiner Ehefrau Clara, geborene Hilger. Nach dem Besuch des Lyzeums studierte sie zusammen mit Marlene Dietrich bei Max Reinhardt sowie an der Reicherschen Hochschule für Dramatische Kunst. Moosheim war von 1922 an, also ab ihrem 17. Lebensjahr bis 1931 Mitglied des Deutschen Theaters Berlin. Von 1931 bis 1932 spielte sie am Lessing-Theater, 1932-33 am Metropoltheater und danach am Komödienhaus und der Volksbühne. Sie trat auch in Musikrevüen auf, auf Schallplatten sang sie Lieder von Friedrich Holländer und anderen zeitgenössischen Komponisten. Ab 1924 trat sie häufig im Stummfilmen auf. Im September 1927 war sie an der Gründung der Grete Moosheim Filmproduktions GmbH beteiligt. 1930 gab sie ihr Tonfilm-Debüt in dem Sittendrama Zyankali unter der Regie von Hans Tintner. Der Film prangert das Abtreibungsverbot an, weswegen er auch bald danach verboten wurde. In den nachfolgenden Jahren hatte Moosheim Hauptrollen in verschiedenen Tonfilmen. Gegen Ende der 20er Jahre repräsentierte sie vorbildlich den beliebten spitzbübelstrotzigen Mädchentyp. Moosheim emigrierte 1933 zunächst nach Österreich und 1934 dann nach England. 1938 ließ sie sich in New York nieder. Trotz einiger Theaterauftritte konnte sie dort nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen. Sie spielte in New York auch bei den Players Fromme Brott, einem deutschsprachigen Theater, das sie mitbegründete. 1952 kehrte sie erstmals wieder nach Deutschland zurück und gastierte in den folgenden Jahren mit Theaterproduktionen in verschiedenen Städten. Ihr erstes Gastspiel gab sie in Berlin, wo sie Sally Bowles in John van Droutens Theaterstück, »Ich bin eine Kamera« spielte, auf dem das spätere Musical Cabaret basiert. In den 1960er und 1970er Jahren hatte sie auch einige Auftritte in Fernsehproduktionen, darunter in der Krimiserie »Der Kommissar«. Eine letzte Filmrolle nach Jahrzehnten der Pause übernahm sie 1978 als Großmutter in Haagbohms Jugenddrama »Moritz«, »Lieber Moritz«. Grete Moosheim wurde 1963 für ihre Rolle der Hannah Jelkes in »Tennessee Williams« »Stück die Nacht des Leguan« mit dem »Kritikerpreis für darstellende Kunst« und 1971 mit dem Deutschen Filmpreis für ihre »Herausragenden Verdienste um den deutschen Film« geehrt, außerdem 1974 mit dem Bundesverdienstkreuz. Im Jahr 1976 wirkte sie in Rosa von Braunheims Film »Underground« und »Emigrants« mit. Verheiratet war sie mit dem Schauspieler Oskar Homulka, mit dem industriellen Hautgut und in dritter Ehe mit dem Journalisten Robert Cooper. Sie lebte bis an ihr Lebensende in New York, war beruflich aber häufig in Deutschland. Ihre Schwester war die Theaterschauspielerin Lore Moosheim. Auszeichnungen 1963, Deutscher Kritikerpreis 1971, Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film 1974, Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.